Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spielen mehr Apps und Games und wir zocken heute eine neue App, Puppy Life Secret Pet Party. Wir zocken also das Welpenleben von Coco Play bei Taptable. Von Taptable haben wir glaube ich schon mal ein paar Apps getestet. Das ist jetzt von Coco Play. Und wir sehen hier schon den Welpen rundherum laufende... So, wir starten mal. So, jetzt ist der Welpe alleine. Und jetzt geht's ab. Eine Zwischensequenz bei einer App haben wir auch nicht so oft. So, wo gehen wir denn als erstes hin? Ja, vielleicht bleiben wir doch mal bei dir. Können wir bei dir was machen? Okay, wir drücken hier drauf. So ein Schuh für dich. Spielt hier mit seinem Schuh. Okay, sehr, sehr süß. Okay, das gibt ein Geschenk. Mal gucken was. Oh! Ein bisschen Musik. Da tanzt der Welpe. Okay, sehr, sehr cool. Was ist denn noch bei dir angesagt? Ja, da ist mal was. Okay, also bei dem Welpen können wir jetzt nicht so viel machen. Okay, okay. Aber der hat trotzdem... Finde ich anspannend. Oh! So, nein. Da können wir noch nicht. Wir gehen zurück. Äh, wo gehen wir denn jetzt hin? Hm, vielleicht mal hier unten links. Zum... Zum... Ist das ein Husky? Nein, jetzt bist du da. So. Ah, hier können wir die füttern, wenn ich das richtig verstehe. So. Okay, wie sieht's aus mit dem Würstchen? Ist das auch gut? Also, das ist unser eigenes Haustier. Hier, oh. Wie sieht's denn mit Hündchen aus? Oh! Und Brokkoli muss auch sein. Gesundes... Nein! Du willst das nicht? Unfassbar! Wir gehen mal wieder nach oben. Milch, willst du Milch? Ja, Milch, natürlich. Damit haben wir aber schon die 100 Punkte erreicht. Cool. Schön. Das freut mich. So, was haben wir denn hier im Badezimmer? Ah, okay, das ist noch nicht Freischalter. Verstehe. Hm, wo haben wir denn noch was? Im Wohnzimmer vielleicht. Und hier findet halt, wie gesagt, eine Party statt. Ah, okay, wir können jetzt das hier noch auswählen. Balance. Ah, wir können jetzt die Balance hier nochmal auswählen. Ah, ne. Die sind schon besser. Musik auch, oder was? Erinnert mich ein bisschen an Sims. Höh. Cool. Und jetzt findet die Party statt hier. Und die ganzen anderen Hunde kommen auch. Okay, cool. Okay. Das ist jetzt der erste weg, glaube ich. Die tanzen hier alle wild herum. Okay. Also, wir können hier eine richtige Party schmeißen. Ich will aber noch was anderes können lernen. Mal schauen. Ah, okay, das ist jetzt zuerst mal. Versuchen wir es hier unten mal. In diesem Ankleidezimmer. Was wir hier noch haben. Ah, jetzt können wir den hier anziehen, oder was? Oh Mann. Ich glaube, das gefällt ihm nicht so. Vielleicht so ein Pullover. Das sieht aber auch nicht wirklich cool aus. Hose können wir auch wählen. Ich glaube, das ist nicht so nötig. Nein, ihr seht es aber. Wir können hier wirklich Verschiedenes machen. Was sagt ihr, Leute? Heute mal eine kurze App-Vorstellung. Ja. Haben wir hier noch was? Ja, hier oben könnten wir noch ein Wemmen wollen. Leute, probiert es doch mal selber. Mit Welpen leben. Ne? Wirklich sehr, sehr cool, finde ich. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen noch um. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen noch um. Leute, gar kein Problem. Aber, lasst doch ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hier, zum Beispiel, wie bei Welpen leben. Echt eine süße App. Für alle, die mal Haustiere haben wollten. Und wissen, was sie machen, wenn ihr weg seid. Oder wenn ihr Haustiere habt. Und ihr seid mal weg. Das machen sie. Leute, ehrlich, wirklich. Ich sehe das bei meiner Katze. Wenn ich immer nach Hause komme. Als hätte sie eine Party geschmissen. Leute, tschaui.